Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. Ab ins Hauptprogramm! Ja, und wieder warten darauf, dass es losgeht. Oh, Tür umlauf. Na, wo stehe ich denn? Ein paar Godzilla sind schon hier. Ich kriege es natürlich sofort hin, die falsche Öffnung zu wählen. Oh, und jetzt die richtige. Ist, glaube ich, die Mitte. Nein, ist es nicht. Natürlich fällt mir irgendjemand auf den Kopf. Die Bewegung mit dem... Godzilla-Kopf sieht richtig lustig aus. Den Kopf will ich auf jeden Fall haben. Alles, dafür bräuchte ich einen Sieg. Oh, die wippen... Oh, die wippen... Alle rüber da. Und jetzt schnell hoch, bevor das so... So ziemlich schief wird. Und jetzt schnell hoch hier. Schnell in die Mitte, damit das nicht zu steil wird. Also jetzt abwarten, bis die letzten 20 noch durch sind. Sieg bald vor da. So. Oh, die w Snyder rore. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Wandsturm Mal gucken, wie die Plattformen da jetzt positioniert sind Hm, das erste geht So hoch hier Hey Was soll das? Da halt so Und hoch hier Na, halt dich doch fest Aha, bin oben Ich glaube, er schafft es nicht Natürlich haben es alle Godzillas, die jetzt noch drin sind, geschafft Hm, Greifenlegenden Das ist auf jeden Fall Ein gutes Spiel Wo bin ich? Ich starte schon an einer blöden Position Die kriegen jetzt als erstes Was war das denn? Aha, ich hab das gekriegt Und durch Das war ein ganz waghalsiger Sprung eben Noch sechs müssen sich qualifizieren Noch vier Die goldene Ringe sind halt wichtig Okay, der holt sich die Plattform her So, der letzte goldene Ring wird entscheiden Oder nicht Na, welches Finalspiel wird es sein? Bergspitze? Bergspitze? Okay Dauer ist halt vorne So, da kommt der erste Ball Blöder Hammer Man kann sich überhaupt nicht mehr aufstehen Will ich ja mal einen treffen So, ab ins nächste Programm Auf jeden Fall einen Sieg wäre mir jetzt noch Sehr schön Denn, ja Gegen Godzilla-Kopf will ich gerne haben Der braucht fünf Ich hab jetzt vier Heißt, ich brauch noch einen Sieg Ah, der Hammer ist wieder da Los Los Ja, ich drehe eine extra Runde Halt mich nicht fest Einfach mal sich durch Mogel Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Leck Mania Was war das eben Für eine Teleporterei Was war das eben? Was war das Lebenier Was war das superstar? Oh, Ritterparcours. Ich frage mich noch immer noch, warum der eine umgekehrt ist. Da, dieser eine sicher ist auf dem Kopf. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, das ging einfach. Oh, das hat mich berührt. So, einfach warten, bis er wieder runterkommt und dann rüber. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Und noch ein, zwei Godzilla sind übrig. Ich glaube, der eine war schon im letzten Match dabei. Glaube ich zumindest. Oh, Mann, die Eierburgwacht. Ich bin im roten Team. Das sehe ich jetzt schon. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Da ist ein goldenes Wo ist das goldene hin? Der will mir das streitig machen Wo ist das goldene hin? 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 Gebt uns das goldene Wir müssen nur das goldene irgendwie rauskriegen Oh Haha, qualifiziert Es läuft immer irgendwie um die goldenen Eier raus Daraus läuft man meistens raus Dass man um die goldenen Eier kämpft Oh, war ein Sturm Ich glaube der erste ist etwas einfach Die sind mal wieder am Porten Was war das denn? Natürlich will ich wieder Na Halt dich fest verdammt nochmal Hallo Halt dich fest Ich drücke es doch Ich schaff's nicht Nur weil er sich manchmal überhaupt nicht festhält Hallo Beenden direkt Nicht dahin Jochen Wolle Ich fass O Ich bin Jan Ich ... Ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das ist ein bisschen anders Wieso fahre ich meistens so oft um und so lange Hallo, bleib stehen Hey Ich bin hier nur durch die Gegend geschubst Ich hab's doch geschafft Da wurde ich nur durch die Gegend geschubst Und wieder Ritterparcours So Was war das denn? Das ist ein bisschen desynchron, glaube ich manchmal Bei der Sporn genau welche in mir drin Wieso fällt man hier eigentlich so leicht um? So, bleib durch So, bleib durch die Gegend Na, welches Spiel kommt jetzt? Na komm schon Oh, Rollfeld Wie viele müssen runterfallen? Dreizehn So, bis jetzt ist nur einer runtergefallen Nur noch sechs Nur noch fünf Vier So Wie lange muss ich jetzt noch warten, bis Einer runterfällt Einer fehlt noch Einer fehlt noch Wo, 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 wo Wo, wo, wo Wo, wo, wo Das normale Eigenge? Okay, das kam jetzt ein bisschen selten vor, weil ich immer eher das andere habe. Ab in unseren Korb. Was ist das? Das ist einfach so eine komische Barriere. Oh, jetzt wird blau. Abgezockt. Hey, ich hole ein Goldenes. Mal wieder ins blau rausgeflogen. Ich glaube, jetzt müssen wir zum Finalspiel kommen. Oh, weggehext. Oh, weggehext. Das war gerade ein Leck. Wow. Oh, gerade so gerettet. Das war jetzt nicht gerettet. Einer ist schon ausgeschieden. So. So, nur noch drei Gegner sind da. Hahaha, ich war der Letzte. So, nur noch drei Gegner sind da. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende.